Musik Jo, schönen guten Tag, der Eras wieder da. Und wir spielen World of Tanks und heute gibt es was, was ich mir jetzt erst vor kurzem neu zugelegt habe. Es gibt ein Maus-Replay. Die Maus kommt irgendwann schon mal in der Rot-T55A. Ich weiß aber noch nicht, ob es online ist oder nicht. Das ist ja immer diese Rot, ist ein bisschen weit vorproduziert, ist ein bisschen schwierig. Auf jeden Fall, wir haben die Maus und wir sind auf Nebelburg. Das sind gleich zwei Dinge, die auf meinem Kanal so jetzt noch nicht stattgefunden haben. Das heißt, wir sind auf dieser Groß-Game-Map und ich kann meine Maus fahren. Ich habe für die Maus sogar meinen Jagdpanzer E100 verkauft. Ich sage es leih, weil ich mochte diese Bude irgendwann einfach gar nicht mehr. Also der hat bei mir nicht funktioniert. Ich fand es ganz schrecklich. Was nutzt in einem 300 Durchschlag, wenn man trotzdem auf alles und jeden bouncet und trotzdem Gold schießen muss und so weiter. Ich war aber wahrscheinlich einfach zu blöd. Auf jeden Fall, die Maus. Die Maus ist ja schon so ein bisschen ikonisch für das Spiel. Aber ich finde, ich bin immer noch auf der Suche nach der Liebe zu diesem Gerät. Weil diese Geschwindigkeit kotzt mich einfach an. Also das muss ich echt sagen, es ist halt unheimlich nervig. Wenn man mal in Position ist, ist die Maus grandios. Aber bis man da ist, ist es scheiße. Und vor allem, wenn man irgendwie mal einen Fehler macht und sagt, ich nehme die Position. Und man hat sich da falsch entschieden. Man kann es nicht mehr ausmerzen. Man hat leider keine Chance mehr, irgendwas dabei zu retten. Und das finde ich sehr anstrengend. Aber was willst du tun? Nicht auf jeden Fall ansonsten. So die Maus an Ort und Stelle ist ganz geil. Deswegen habe ich das Video auch stehende Festung genannt. Weil wenn sie einmal steht, dann kann man damit echt was anfangen. Die Kanone ist echt in Ordnung. Panzerung, ja, geht. Ich finde, sie ist immer noch relativ weich. Ich finde, es hat keinen Vergleich zu so einem Russenpanzer. Aber das ist so mein persönliches Empfinden. Da mag ich mich durchaus auch noch täuschen. Ich habe noch nicht viele Gefechte in der Maus gefahren. Fakt ist, wir sind auf Nebelburg. Diese Karte ist halt einfach so groß, dass sie schon mal nicht so wirklich mausgeeignet ist. Wir sind auch hier auf der linken Seite gestartet. Das heißt, wir müssen auf der linken Seite auch anfangen. Und wir haben endlich die Position, wo ich hin wollte. Weil viel mehr Optionen hatte ich einfach nicht. Ich wollte hier an diese Position, um hier ein wenig was zu tun. Leider ist der IS-7 weiter vorne, was es für mich ein wenig schwierig macht. Damit kann ich nicht an den Steinen bleiben, sondern muss einfach noch ein Stück vorfahren. Ja, jetzt kommt der Moment, wo die Maus das tut, was sie kann. Sie stellt sich irgendwo hin und hält diese Stellung. Da ist eine Grille 15, die das wahrscheinlich gerade elendig bereut, hier rausgefahren zu sein. Da ist auch der Batchel, der neue 10er Tank-Destroyer bei den Briten. Den habe ich leider noch nicht ausprobieren können. Also ich habe auch noch nicht so richtig viel davon gesehen, muss ich ehrlich sagen. Ich forsche hier immer noch am AT rein, Baum rum. Ja, aber man kommt, wenn man ein bisschen auf die Wanne zielt und ein bisschen Glück hat, da gut rein. Ja, ansonsten schlägt sich das Team verdammt gut. Also ihr seht, in der Stadt sind vom Gegner sehr wenig. Die Mitte ist umkämpft, aber es steht 3-0 für uns. Jetzt steht es 4-0 für uns und die Nummer läuft relativ gut. Ich glaube, da brauche ich nicht draufschießen. Und da sind sie. Unsere Freunde von der Artillerie haben beschlossen, sie müssten mitmachen. Ihr seht schon, so eine Art, die macht 256 Schaden. Das haben wir gut weggeatmet, aber das dann ist halt echt anstrengend. Und das heißt, wir müssen jetzt mal schauen, dass wir ein bisschen näher an den Berg kommen. Gerade bei den Franzosen, die haben einen relativ flachen Schusswinkel. Kann auch so eine Hügelkuppe schon ein bisschen was bringen. Es wird nicht viel bringen, aber wenigstens ein bisschen was, ist die Hoffnung. Es steht 6-0. Müssen wir auch mal festhalten, das Team schlägt sich verdammt gut. Ja, da ist ein IS-7-Turm. Der Schuss war, glaube ich, relativ sinnfrei. Aber gut, ich habe ihn genommen und gut wird es sein. Ja, ansonsten, so viele Optionen haben wir jetzt nicht. Es ist jetzt einfach so ein bisschen... Bäm! Da kommt ein T-62A und der hat, ich weiß nicht, ob er den Move sich so gut überlegt hat. Also der hat jetzt gerade von Voll-HP auf 500 Punkte runter. Das war jetzt natürlich schön. Und der Gegner hat noch einen E-100. Oh, und der E-100 hat mir direkt mal reingeschossen und den Kommandanten zerledert. Moment, wo hat der mir denn reingeschossen? Ja, unten rein da. Ja, da unten in die Wanne. Hm, mit HP weiß ich nicht. Also sind so Schüsse, die kriege ich da nicht so unbedingt hin. Aber na gut, steht 7-2 und wir wollen uns auch nicht motzen und nicht meckern. Ist alles gut. Der T-62A bounced und kriegt direkt das Echo und ist damit raus. Das war unser erster Kill. Wir sind bei 2.000 Schaden. Wir haben schon 1.369 Schaden ermöglicht durch Ketten und Spotting. Also insofern, und diese Position hier halten wir einfach, solange wir wollen. Zumindest, wenn der Gegner nicht irgendwann mal loslegt. Da kriegen wir die Wanne vom IS-7. Da komme ich dann auch rein. Wenn es nicht der Turm ist, demnach nehme ich den Schuss natürlich auch. Ja, und ihr seht, das ist das, was die Maus kann. Guck mal, da vorne, da hängen sie alle rum. Und jetzt bauen sie mal noch einen E-100. Da vorne sind sie alle. Und wenn ich einmal hier bin, dann stehe ich meinen Mann. Wir zielen auf den Turret Ring. Und der Turret Ring ist ein Schwachpunkt, auf dem man durchaus eine Chance hat. Wir haben den E-100 quasi jetzt unten reingeschossen und sind jetzt bei 3.000 Schaden. Schade, ich wollte die Seite vom Turm. War ich leider zu langsam. Aber da kommt eine Grille 15. Und der war jetzt nett. Hat mir zwar eine gedrückt, aber hat halt natürlich auch dementsprechend das Echo bekommen. Ja, da steht es 11 zu 4. Und dem T110EC4 haben wir nochmal schön eine gegeben. Haben natürlich von dem auch 700 Schaden gekriegt. Jetzt haben wir ganz schön kassiert. Also muss ich sagen, jetzt sind wir auf 500 Punkte runter. Weil ich halt den Turm auch nicht rechtzeitig weggewinkelt habe. Der Turm, so flach angeboten, ist nicht so sonderlich clever bei der Maus. Man sollte das immer noch so ein bisschen anwinkeln. Aber wenn ich schießen will, will ich halt ausschießen. Und da sind sie wieder. Die Freunde von der Artillerie. Ja, wir sind jetzt ganz schön unter Druck hier. Das müssen wir festhalten. Ja, und, 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 und. Komm, das ist natürlich eine schöne Position, wenn er uns da so schön die Seite enthält. Da probieren wir es nochmal. Und da hat uns nochmal die Arti getroffen und uns die Kette abgeschossen. Also man ist natürlich als Mausfahrer ähnlich wie in den japanischen Buden schon so ein kleiner Arti-Magnet. Muss man mal so festhalten. Und dann ist das auf unserer Seite tatsächlich auch geklärt. Da vorne ist noch der IS-4. Und ansonsten haben wir unsere Seite jetzt im Griff, weil unsere Leute einfach rumgerutscht sind. Und dementsprechend einfach nicht mehr viel passiert. Aber ich kann nicht meckern. Wir sind bei 2881 Schaden, ermöglicht 1000 Schaden abgewertet und 4500 Schaden gemacht. Ich kann euch sagen, jetzt kommt wieder das, was die Maus nicht kann. Wir fahren. Es ist 23.05 und wir müssten jetzt Richtung gegnerisches Cap. Ich drehe jetzt die Geschwindigkeit hoch, weil es ist qualvoll, sich das anzuschauen. Ja, weil es wird jetzt auch nichts mehr passieren, außer dass wir fahren, fahren, fahren und nicht mehr rechtzeitig an irgendeine Position kommen, in der wir irgendetwas ausrichten können. Das ist höchst ärgerlich. Also das ist der Nachteil. Guck mal, alle, die mit uns auf der Seite waren, sind schon weg. Außer die andere Maus, die ist noch mit da. Und wir fahren langsam, aber sicher in unser Verderben, was ganz nett ist. Aber das war es dann eben auch schon höchst, höchst ärgerlich. Also das ist der Nachteil, den man mit der Maus definitiv hat. Und weswegen eigentlich so ein russischer Heavy-Ears 7 schlag mich tot, durchaus besser ist das. Auch Panzerung dran. Aber da ist eben auch die Geschwindigkeit mit dabei. Hab leider keinen. Nichtsdestotrotz, ich fand trotzdem, das war ein schönes Replay. Und da ich ja die Maus unbedingt mal zeigen wollte und ich wollte unbedingt mal Nebelburg hier haben, ist das doch alles mal 35 Fliegen auf eine Klatsche. Und wir schauen uns natürlich auch hier nochmal die Auswertung an. Jo, da ist es schon, die kleine Auswertung. Es waren auf jeden Fall, gab es elf Anleihen. Das ist echt okay, kann man mit leben. Es gab Überlegenheitsabteilchen zweiter Klasse, das sagt schon viel aus. Also die Leute stellen sich in der Maus scheinbar relativ gut an. Es gab ein paar kleine Medaillen. Wir haben sogar den Spotter bekommen für Aufklärung. Wir haben 3000 Schaden knapp durch Aufklärung ermöglicht. Das finde ich ziemlich cool. Wir haben elendig wenig abgewehrt. Also es waren halt wirklich nur dieser 750er Schuss vom E100. Ja, und der T62A, das war jetzt nicht so aufregend. Sechs kritische Treffer und 4500 Schaden gemacht. Also das finde ich echt okay. Wir waren, das ist auch spannend. Also wir waren in unserem Team nach EP der Beste. Wir waren nach Schaden Zweiter. Das ist echt okay. Kann ich gut mit umgehen. Also ich finde, es war durchaus ein lohnenswertes Gefecht. Ja, drei kleine Medaillen. Beim Gegner, ja, wenn man den jetzt mal hier danach ordnet, wird es nicht besser nach Schaden. 3000 hat er TVP geschossen, ansonsten nichts Aufregendes. Alles in allem. Also grundsätzlich schöne Geschichte. Ich mag auch meine Maus. Es ist tatsächlich 12 Schüsse, 11 Treffer. Mein Durchschläge aber ein bisschen Geschwindigkeit wäre halt nett. Und es gab 53.000 Credits plus. Das finde ich ganz geil. Wir haben halt wirklich kein Gold geschossen. Und dann kann man da durchaus Geld verdienen mit. Also das war jetzt keine schlechte Runde. Gab 3.186 EP für den ersten Tagessieg. Also das finde ich schon okay. Also ich finde für eine Base-Erfahrung von 1036 und das ist ein Überlegenheitsabsechen Zweiterklasse. Respekt. Dann machen Leute da einiges richtig in dem Gerät. Ja, wir sind sechsmal getroffen worden. Vier Durchschläge. Leider nur zwei, die wir bouncen konnten. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ansonsten, ich mag meine Maus. Ich muss, glaube ich, tatsächlich noch ein bisschen besser werden. Weil da muss man, glaube ich, viel mit Positionen spielen. Man muss wissen, wo was ist und so weiter. Das macht es tatsächlich so ein Stück weit komplizierter, finde ich. Weil wenn man mit der Maus mal eine falsche Positionsentscheidung trifft, ist es halt gleich endgültig. Man hat nicht die Horsepower, um nochmal irgendwo hinzukommen und was zu ändern. Das ist echt ärgerlich. Also alles in allem. Ich fand, das war ein schönes Gefecht und ich konnte endlich mal die Nebelburg zeigen. Obwohl ich diese Karte ein bisschen schwierig finde, das muss ich auch sagen. Aber gut, ich habe es jetzt mal mit auf meinem Kanal. Freue ich mich drüber. Ich sage vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, es hat gefallen. Lasst mir einen Daumen da. Schreibt mir einen netten Kommentar. Und schickt mir ein Replay. Gerne an erradrian.de oder schickt mir einen Link im Spiel oder was auch immer. Freue ich mich drüber. Ich zeige gerne auch eure Replays, wenn sie sich dann lohnen zu zeigen. Weil nach wie vor ist mein Zeitkontingent ein wenig klein. Ich kann relativ wenig spielen. Deswegen vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Der Ära.